Also, hallo Leute, ich bin Chokrola Duya, ich komme aus Afghanistan. Das ist weit weg, denkt ihr. Das ist nicht euer Problem, aber ich bin ein Problem, weil ich hier bin, sagt ihr in eurem Deutschland. Ich stehe hier vor vielen anderen, die geflohen sind. Vor vier Jahren habe ich meine Familie, meine Freunde und mein Land verlassen, um einer furchtbaren Bedrohung zu entkommen. Und nach sechs Monaten Flücht, durch verschiedene Länder, erreichte ich Berlin. Eine Reise voller Zweifel, Gewalt und Gefahr, das mich fast das Leben gekostet hat. Niemand tut so etwas freiwillig oder einfach, weil es ihm gerade in den Sinn kommt. Wenn ich mein Land nicht verlassen hätte, wäre ich jetzt tot. Und die Erinnerung meiner Familie und Freunde, das Einzige, was von mir oberisch gewesen wäre. Ich bin nur gegangen, weil ich ein Recht habe zu oberleben. Ich habe diese Chance verdient. Wenn ich das sie nutze, verdanke ich das auch euch. Wir sind unteilbar. Ich habe diese Chance verdient. Das war quasi Teil unserer Gesellschaft. 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 Ich habe das eine Chance verdient. Ich habe die Szene aus. Ich habe das in die Größen.